wie ihr wisst ich liebe bundles und ich finde bundles extrem schön und extrem cool ich mag sie viel 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 lieber als displays was diese bewahrtnis hat dass in einem bundle sind hier neun booster drin plated booster um noch zu sein und ein würfel und eine box und eigentlich coole sachen und am ende des tages das was man will mit einem coolen hit habt ihr das bundle wieder drin nicht in jedem set es gibt es wie jetzt zum beispiel bloomboro wo egal auch wenn ihr einen guten hit habt ihr das ding trotzdem nicht bezahlt haben das morgen ist ein ähnliches prinzip aber dann habt ihr halt irgendwie 40 oder 50 ausgegeben statt 150 für so ein play display kack sorry das sagen zu müssen aber ihr habt es neulich gesehen play displays fühlen sich nicht mehr an wie play displays oder wie set displays es fühlt sich an wie irgendwas und deswegen lieber bundle da bekommt ihr noch eine sehr 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 schöne coole box dabei hier ist jetzt winter drauf gerade für die leute die vielleicht als commander spielen sehr sehr cool und ja dieses bundle wurde mir zur verfügung gestellt vom lieben lip lab 1 aka fabi aber ka mtg lip lab und wir haben ein vielen dank an der stelle wir haben einen mega geilen würfel oh mein gott bist du hübsch na guckt euch mal die farben an bist du auch ein ich glaube das ist kein glow in the dark schade glow in the dark das wäre es jetzt noch gewesen haben wir komischer marker papiermüll mehr papiermüll weil wizard of the coast gesagt hat plastikmüll papiermüll jetzt kriegt ihr papiermüll wenn ihr kein plastikmüll haben wollt wir haben 24689 play the booster und eine promo und zwar grievous wounds fünf mana entschaden wir einen spieler der spieler kann kein leben dazu halten und wenn der spieler schaden gefügt hat wird der leben dieses spieler halbiert rounded up crazy das ist ein todesurteil aber warum ist es kein curse warum ist es kein curse könnte es nicht einfach ein fluch sein fluch wäre cool gewesen grievous wounds und ansonsten sind hier glaube ich jetzt basic lans drin planes in foil ja einmal alles in foil dann hier in nicht full art auch noch mal in foil und das ganze noch mal in non foil die sind cool ich finde die die full art lans sie ist mal sehr cool auch wenn sie sehr generisch sind und alle sehr sehr an diesen gottheitsstatuen dran sind aber sie sind ganz hübsch gemacht dementsprechend immer ganz nett außerdem kenne ich jemanden der sich darüber freuen wird basic lans zu bekommen da sie basic lans sammelt so wirfeln beiseite wir machen neun booster auf set booster muss man jetzt dabei sagen set booster haben eine 23 prozentige chance eine zweite rare zu enthalten was nicht so wirklich viel ist aber halt auch irgendwie nicht so wirklich wenig also wir müssten hier theoretisch wenn es richtig gerechnet ist 19 11 11 rears am ende haben mal gucken wir mal wir haben eine naschi die ist sehr sehr cool bap und ne bärfalle wie immer bei bundles oder displays oder sonstwas gehe ich nicht auf jede karte einzeln ein ich habe früher mal ganz ganz viele booster opnates gemacht wo ich booster einzeln geöffnet habe das passiert aktuell nicht mehr die werden aktuell immer schön so geöffnet und dann über die real gesprochen walzer des hasses ja der walzer des hasses kann schaden zu fügen ist ganz nett ist ganz nett aber keine crazy karten denn das mon hat einige sehr 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 starke karten drin aber irgendwie nicht viele aber die die drin sind sind halt cool und machen auch spaß zu spielen aber es sind halt nicht sowieso wirklich viele drin räume haben wir dafür ohne ende drin und during courage sehr sehr cool 433 und wenn eine andere kreaturen spiel bekommt kriegt sie plus 2 plus 0 in eile und wenn der ding hier stirbt kommt das spiel wieder als enchantment was keine kreatur mehr ist sehr cool doppel voll wovon träum ich wovon träum ich nachts schreibt es bitte nicht in die kommentare dankeschön so gucken wir mal weiter wie gesagt neun booster sind halt in einem bundle drin das heißt man kann irgendwie mit ein zwei coolen hits ist man dann ganz zufrieden hat nicht so komplettes display oh the swarm weavers ein sehr cooler commander tatsächlich mit delirium und insekten und spinnen commander als scarecrow was ich sehr 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 cool finde der rage playmate rage playmate nicht made sondern made ist ein großer unterschied im englischen ob es ein playmate oder ein playmate ist so gucken wir weiter diese puppen kriegen mich halt immer noch oh mein gott hier das ist das ist gruselig as fuck gremlin tamer get out ist eine sehr sehr gute karte weil sie eine creature oder ein charmant per account hat oder eben zwei kreaturen oder ein charmant auf die hand zurück gibt für zwei blaue das ist wirklich strong das ist wirklich gut andere skin balustraden wurm fünf meiner fünf fünf kann ich gekontert werden trampel eile mit delirium mit infinity counter so wie es hätte sein müssen das sind die everywhere marken ich glaube diese token lands kosten auch geld ich glaube also je nachdem was für token das sind kosten die halt wirklich geld weil diese everywhere marken das sind halt marken von ich glaube mythic rare ich glaube sie ist mythic rare und was viele leute ja nicht wissen ist dass token auch eine seltenheit haben wenn wir viele commons haben die wölfe machen aber nur eine mythic rare die zum beispiel diese tokens macht diese everywhere betoken sind die auch sehr sehr selten und damit auch mythic rare auch wenn sie keine seltenheit wirklich haben aber sie sind halt sehr viel seltener wir haben hier noch eine mythic rare und zwar den oculus drei meiner fünf fünf muss sechs karten aus dem friedhof exil um den zu spielen zu beginn des abkipps darf jeder gegner meine vier straten und der ist fünf und fliegend annie wir 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 machen das bei jedem abgib vom gegner oh mein gott ist die karte ist sau stark davor dachte ich woher ist die karte kacke aber die ist sau stark und ist ein auge wir haben lange kein auge mehr gehabt und wir haben eine doppel rare oh mein gott curse recording sehr sehr cool um zauber zu verdoppeln und wenn man zehn marken hat sieben marken hat kriegt man 20 damage für commander spieler mögen sagen 20 damage was ist das die hälfte meines lebens ich als 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 20 lebens spieler ich sag das ist mein leben das ist mein leben das ist nicht so nett jumpscare advice remake sehr sehr gute karte by the way zerstörmende kreatur der controller manifest dreaded auch sehr gut wuthering torment damit kann man halt kreatur und charme in schwarz zerstören und wir haben ein victor victor sieht für mich aus wie eine fledermaus ist aber keine fledermaus so zwei booster haben wir noch in der theorie wenn die prozente ungefähr stimmen mögen müssten wir jetzt noch zwei rares bekommen können äh drei rares term of expense wenn wie gesagt das ist natürlich alles zufall aber wenn wir jetzt mit prozenten reden müssten wir blazing blazing blaze meyer ferch sehr gutes land tatsächlich und tyva in mythic rare foil hm in diesem coolen artwork wo ihm sowas hinten über die schulter guckt sehr cool tyva the plumber keine ahnung ob das wert ist aber das ist zum beispiel das was ich meinte wenn ihr ein zwei coole hits habt ich weiß nicht ob das es wert ist ja also ob der geld kostet aber ein zwei coole hits und dann hat sich das bundle rentiert nicht immer finanziell meistens auch finanziell je nach set natürlich und je nach preis für das bundle aber eben auch für einfach vom vom gefühl her und das ist ja die hauptsache tatsächlich analyst attack in a box ethereal armor und razor king nila hat die meistgekaufte rare beziehungsweise die meistgekaufte karte in diesem set aktuell weil sie sehr 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 oft gespielt wird im commander und damit haben wir tatsächlich die prozente eingehalten das nicht schlecht das nicht schlecht nicht schlecht herr specht und ja damit sind wir am ende von einem bundle deswegen bundles sind awesome ich liebe 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 bundles bundles sind cool scheißt auf play displays kauf bundle bundles sind nice an dieser stelle vielen vielen dank an meine patrons ihr unterstützt mich immens genau wie meine youtube member glaube ich nicht vergessen meine youtube member auch großartige menschen und ihr unterstützt mich immens ohne euch hätte ich schon lange das alles so nicht mehr machen können wie ich es gerade mache deswegen vielen 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 dank an euch und wenn ihr mich monetär unterstützen könnt und wollt könnt ihr das tun ab 3 euro im monat was nicht so viel geld vielleicht für euch ist aber viel geld für mich ist tatsächlich und mir sehr sehr viel hilft dementsprechend schaut da vielleicht rein vielleicht wollt ihr mich unterstützen könnt mich unterstützen mit einem gewissen betrag das wäre sehr sehr nett wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt daumen nach oben geben liken abonnieren ihr kennt das ganze spiel es ist sehr 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 wichtig für meine motivation muss ich leider aussagen ich bin auch nur ein mensch wenn ich zum beispiel sehe dass ein zirkulär video von hat so eine mikro irgendwie 80 aufrufe nach zwei wochen hat wo ich mir denke cool also 80 leute haben es gesehen das ist eine hohe zahl das darf man nicht vergessen 80 leute in einem raum müsst ihr euch mal vorstellen das sind drei schulklassen die einem zugucken das ist schon crazy aber man denkt halt auch schon so es gibt auch noch mehr Leute die meinen channel abonniert haben über 3000 und ja deswegen daumen nach oben da lassen abonnieren liken allen leuten zeigen die vielleicht displays kaufen zeigt denen dass bundles viel cooler sind und ja ich hoffe ihr habt Spaß vielen dank nochmal an Fabi dass ich es öffnen durfte und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin neue Blacksade ciao 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 ciao